Wir sind heute zu Gast bei Nintendo, nämlich auf dem Wii U Event in München und wir schauen uns nicht nur die neue Konsole an, sondern haben auch ganz besondere Gäste angetroffen. Ja, ich stehe jetzt hier mit dem Daniel und dem Julian, unseren Gewinnern des GamePro Wii U Gewinnspiels. Ihr seid hier, habt schon angespielt. Erzählt doch mal, was gefällt euch an der Wii U? Ich finde das Konzept ganz cool mit dem Controller. Es ist aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber ja, das ist ganz interessant. Also ich habe noch nicht so viel gespielt, aber mal gucken, was da noch so für Sachen eingebaut sind und so. Was hast du bis jetzt schon gespielt? Assassin's Creed nur kurz und Zombie U. Was ist besser? Assassin's Creed oder Zombie U? Assassin's Creed denke ich mal. Also die Demo hat jetzt nicht so viel vom Spiel gezeigt, aber das finde ich auf jeden Fall besser. Wir sind heute auf dem Wii U Event von Nintendo und haben die Fantastischen Vier bei uns und wollen mal ein bisschen über Games reden. Ich habe nämlich auch gerade gehört, der Smudo hat uns heimlich verraten, dass er schon ganz, ganz lange Abonnent von der GamePro ist, was wir total super finden. Ganz lange hast du erfunden und heimlich ist es jetzt ja nicht mehr. Smudo, jetzt erzähl doch mal, zwischen den ganzen Studio-Terminen und den Konzert-Terminen, wie viel Zeit bleibt überhaupt eigentlich noch für anderweitige Hobbys, für GamePro, für die Spiele? Die GamePro liest sich ja recht schnell, recht zügig. Ja, das stimmt, das Hobby-Videospielen braucht viel Zeit und ich muss sagen, ich habe wenig Zeit, ja nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch gleich noch mit der Familie. Deswegen ist es auch so, dass, wenn gute Spiele für mich keine, also wenn Spiele eine hohe Werte bekommen und ich sage, geil, das finde ich halt interessant, das steht dahinter, ja ist voll geil, das ist auch 70 Stunden Spielzeit, der Preis ist geil, das kaufen, weil das schaffe ich überhaupt nicht mehr, bis ich 60 bin. Ich meine, ich habe für Mass Effect, für das erste Mass Effect habe ich zwei Jahre gebraucht, weil ich es immer zwischendurch immer so geduddelt habe. Ich habe Plätze Mass Effect gekauft, aber es ist noch nicht mal eingefangen. Und doch bin ich jetzt beim aktuellen Teil so im ersten Drittel. Oh. Das geht halt zu Kosten, zu Lasten, zu Lasten? Der Band. Das Schlaf ist auch. Und der Familie. Und der Familie und der Band und allem, aber als Shepard, bei mir übrigens eine Frau, wie ich gehört habe, bei den meisten Mass Effect-Spielern, das ist eine Frau, muss man einfach, kann man nicht Nein sagen. Wer den Planeten retten will, muss Opfer bringen. Das Universum, entschuldigung. Ja, genau. Entschuldigung. Und viel mehr noch als das. Das heißt, du hast jetzt im Prinzip von Release-Statum, von Mass Effect 3 bis heute nur Mass Effect 3 gespielt oder gab es dieses Jahr noch andere Highlights bei dir? Äh, ja, ich habe auch ein bisschen spät, auch als Zelda, das aktuelle Zelda Skyward Sword. Alter, das ist ja völlig geil. Das hat mich völlig geflasht und auch tatsächlich auf dem 3DS Resident Evil durchgespielt, zusammen mit meinem Freund Michael. Das ist das erste Spiel in meinem ganzen Leben, was ich durchgespielt habe, und zwar heute Morgen im Flugzeug. Hammer, tu da jetzt mal rein, das ist das erste Spiel, das ist so ein Spiel gespielt. Ich habe noch nie ein Spiel zu Ende gespielt, wo dann so der Abspann kam, das war ein extrem erhebendes Gefühl. Und wie viele Punkte? Ein kleiner Applaus. Ja, es ist auch, man darf auch nicht sagen, auf welchen Spiel ich kann. Auf Schwerheit. Ja, natürlich. Wunderbar, gibt es einen Titel, auf den ihr euch ganz besonders freut, jetzt irgendwie noch gegen Ende des Jahres oder nächstes Jahr? Ja, gerne. Ja, ich meine, wir sind hier auf dem Wii U-Event, alle wir Hands-On, the new Super-Konsole auf Nintendo. In diesem Zusammenhang freue ich mich total auf, 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 wie heißt es doch gleich, das mit dem Jagen, ich habe es vergessen. Hier, Hunter. Ähm, Monster Hunter. Monster Hunter. Monster Hunter gibt es nämlich als 3DS und als die Version, und du kannst es dann mit einem Monster-Train und so allem. Aber ich glaube, da muss ich endgültig mich scheiden lassen. Von dem Monster Hunter. Von meiner Band. Monster Hunter. Ein kleiner Scherz. Aber gut, gut, gut genug. Einfach ein. Ein anderes Programm. Ihr seid ja auch eher so Jungs der alten Schule. Schönen Controller, schönen Game Boy in der Hand. Ja, ich meine, ich meine, ich weiß nicht, oder? Schönen Controller. Ich weiß nicht, was du sagst. Ja. Jetzt geht es immer mehr zur Bewegungssteuerung, zur Touchsteuerung. Gerade mit der Wii U natürlich jetzt, mit dem iPhone, alles dabei. Ähm, wie findet ihr das? Ist das euer Ding, oder? Also zum einen muss man sagen, es gibt Momente in der Videospielkunst auch, wo diese Bewegung Sinn macht. Als alter Zocker ist man allerdings schon auch gerne... Eingeschränkt von der Bewegung. Ja, ja. Man kann ja gar nicht mehr so schnell aufstehen und so. Ich fand es schon geil, dann als die Wii rauskam mit dem Bowlen und so weiter. Kegeln. Und ich finde auch jetzt bei der Wii U, es gibt interessante neue Aspekte, aber ich schätze auch die beiden Analog-Steuerknöpfe und weiß zu schätzen, dass man auch einfach sitzen kann und sich bewegen. Hier, Kinect zum Beispiel, habe ich genau zwölf Minuten gespielt, weil du musst wie blöd irgendwie vorm Fernseher stehen und abhampeln, während die im Hintergrund dann noch von der Kamera mit erfasst werden, aus dem Bild sitzen. Das isoliert dich als Spieler von deinen Mitspielern. Man will ja auch gemeinsam ein gemeinsames Spiel und mal genießen. Also was in der Hand muss schon sein. Ich möchte sagen, ich bin ein Freund des traditionellen Controllers, der aber gern dann wie jetzt hier mit Bildschirm und Bewegungssensoren Features erweitert werden kann. Genau, wobei ich es auch blöd finde, wenn Features dann so platziert sind und dann tatsächlich den Spielfluss hemmen. Ja, es muss flowig bleiben. Ich finde zum Beispiel, die Zelda-Reihe ist ein schönes Beispiel, als Zelda losging mit der Wii-Mode. Das war doch alles. Hä, das aktuelle Skyward Sword spielt sich. Nach so ein bisschen hast du die beiden Dinge in der Hand. Das finde ich geil. Da ist ein Flow drin. Wirklich wahr. Ich finde das völlig geil. Ja. Man verschmilzt tatsächlich mit diesem, das ist ein geiles Erlebnis. Also kann ich ja, kann ich mal was als nicht so viel Konsolen-Zocker dazu sagen? Bitte. Ich finde es schon ziemlich geil, ehrlich gesagt. Okay. Mit diesem Gamepad, weil man ja so eine andere Perspektive hat auf das Geschehen. Du kannst ja einen Charakter steuern, den die anderen nicht sehen. Das ist schon irgendwie, fand ich für mich geil. Vor allem, weil ich nicht so ein alleine Zuhause-Zocker bin, sondern wenn mit den Jungs unterwegs, keine Ahnung, den Bus oder auf irgendwelchen Terminen. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich cool. Also so dieses, ja, also für mich war es nie so, wie halte ich das für mich. Scheißegal, ich bin eh haptisch ein wenig behindert. Ähm. Gehandicapt. Gehandicapt, ja. Sagt man heutzutage. Also. Also es ist eigentlich alles besser geworden. Alles ist alles besser jetzt. Was ist denn euer Wii U Geheimtipp? Ja, ich finde den, äh… Pikmin. Ich freue mich total auf Pikmin. Ich freue mich auf etwas, was gar nicht so sehr feature-mäßig ist mit dem neuen Spielfeld, sondern dieses, das, das, die Nintendo Land mit dem Donkey, dieses Donkey Kong Spielchen. Ich war fast am Ende für euch. Aber das Murmelspiel ist. Ich habe fast geschafft. Highscore des Tages. Ich habe fast geschafft. Wir haben noch kein Ende in Sicht, leider. Ist das auch ein Favorit? Rayman hat ja doch so gut gemacht. Ja, das ist mir ein bisschen zu schnell für meinen… Der Zweispiel aber auch nicht im Rayman. Das ist natürlich etwas Legendäres. Für meine alten auch. Ja, das ist auch legendäres. Ich hab's noch gar nicht gezockt. Aber hier, ähm, ich habe alle fertig gemacht. Aus meiner talentierten Band. Bei Animal Crossing. Oh, ja. Animal Crossing. Nintendo Land, das Spiel Animal Crossing. Michi. Don't mess with the Michi. Don't mess with the Wawa. Das stimmt tatsächlich. Wie schaut's bei dir aus? Hast du auch ein Favorit? Also ich hab Pikman sehr gerne gespielt. Pikmin heißt es aber. Pikmin. Ja, ist schön. Er meinte aber auch Pacman. Das war das letzte Mal. Ich kann doch Pikman vielleicht sogar noch was. Pikmin. Pikmin. Wie hieß es Pikmin? Pikmin. Where is it? Rayman fand ich auch sehr gut. Ein guter Tempo. Na ja, sagen wir mal, da ist noch ein bisschen Trainingsbedarf übrig. Grafik ist aber sehr schön. Also ich mag das jetzt sehr. Ich hab bei Nintendo eigentlich nie die Super Graphics vermisst. Die letzte Konsole war jetzt nicht berühmt wegen ihrer extremen Grafik. Aber wegen den guten Spieledien. Aber ich muss sagen, das schadet auch überhaupt nicht, wenn die Grafik besser ist. Ja, das ist flashy bei Rayman. Bei Rayman, der Zweispielemodus ist ganz geil. Weil du auf der einen Seite spielst natürlich an jemanden, den jumpen reinmäßig. Und der andere spielst einen guten Geist, der mitfliegt, wo du mit dem Touchscreen verschiedene Sachen machen musst. Und hast quasi ein ganz eigenes Spielerlebnis, was im Zusammenhang mit dem anderen ist. Du musst den Seil durchschneiden, dass ein Balken runter fällt, dass der richtig richtig drauf spielt. Und du musst genauso mitdenken. Und das ist tatsächlich schräg, weil du es gemeinsam spielst und doch jeder ganz eigen. Cool. Ja, das war ich irre. Vom Zweispieler zum Vierspieler-Modus, wer gewinnt üblicherweise bei euch? So zwischen uns beiden ist er so meistens ausgeformt. Ja, 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 ja. Animal Crossing. Ja, um genau zu sein. Außer Animal Crossing. Ja. Ich war der beste Geist bei Luigi's Menschenskind. Ich hab dich die ganze Zeit im Speedrun abgezockt bei Super Mario. Ja, nachdem du geguckt hast, wo man nach dem groben Ball instinktmäßig war ich immer der, der den Level aufgerissen hat. Ja, von hinten aufgeräumt. Ja. Wunderbar, klasse. Vielen, vielen Dank an die Fantastischen Vier. An die Fantastischen Vier. Da ist er. Ja. An die Fantastischen Vier. Vielen Dank.